Willkommen zu einem weiteren Video zu Black Ops 3. Mit dem Start des Doppel-Crypto-Wochenendes haben wir außerdem neue Waffen für Black Ops 3 bekommen. Und diesmal nicht nur irgendwelche Nahkampfwaffen, sondern auch ein bisschen was anderes. Und zwar einen Raketenwerfer und ein Sturmgewehr. Wir schauen uns die ganzen Waffen einfach mal an. Den Anfang, den macht hier das Sturmgewehr. FFAR heißt das Ding. Und ihr kennt wahrscheinlich schon, die Waffe, die gibt es schon so in einem COD. Und zwar ist das eben eine neue Version der Farmers aus Black Ops 1. Ich freue mich wirklich auf die Waffe. Ich habe sie leider noch nicht gezogen. Aber ich kann mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen, dass sich die Waffe auch in Black Ops 3 relativ gut spielt. Ganz allgemein war das auf jeden Fall eine Waffe, die Spaß gemacht hat zu spielen. Von daher hoffe ich einfach mal, dass das Spielgefühl gut zu Black Ops 3 übertragen wurde. Weiter geht es dann hier mit einer Nahkampfwaffe. Das Ding nennt sich Feuerschlitzer. Man hat hier eben so eine Axt. Ich denke mal, das ist so eine Axt, die halt die Feuerwehr mit dabei hat. Deswegen auch der Name. Weiter geht es dann hier mit der LV Siege. Da haben wir eben den Raketenwerfer, von dem ich gesprochen habe. Das heißt, den kann man jetzt auch ziehen. Ob es eine gute Idee ist, dass da irgendein Raketenwerfer mit dabei ist in den Supply Drops, ich weiß nicht. Am Ende, glaube ich, macht es aber jetzt auch nicht so einen großen Unterschied. Ich meine, wir haben schon einen verdammt guten Raketenwerfer mit der Black Cell. Von daher denke ich mal, dass es nicht so ist, dass jetzt plötzlich alle irgendwie mit dem Ding rumrennen wollen. Von daher eine ganz nette Waffe, aber jetzt bestimmt auch nichts Besonderes. Weiter geht es dann hier mit dem Schädelbrecher. Das ist auch die letzte Waffe, die wir neu bekommen haben. Und der Schädelbrecher ist irgendwie, ich bin mir gar nicht sicher, was das eigentlich ist. Es ist irgendwie ein Stab mit Klingen vorne. Und anscheinend ist das Ding dazu da, um Schädel zu brechen. Und ja, das ist halt auch wieder eine Nahkampfwaffe, die man ausrüsten kann. Und ja, das sind die ganzen neuen Waffen, die wir bekommen haben für Black Ops 3. Wie gesagt, die ganzen Waffen, die sind jetzt verfügbar in den Vorratslieferungen für Black Ops 3. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr da vielleicht was ziehen. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr davon schon irgendwas gezogen habt. Ich persönlich muss sagen, ich hatte leider Pech. Ich habe da noch nichts gezogen. Bin aber mal gespannt, ob ihr schon was gezogen habt. Ein paar Leute von euch haben mich auch schon angetwittert. Das heißt, ein paar hatten auf jeden Fall Glück. Und ja, das war es dann ansonsten mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und falls ihr weiterhin Black Ops 3 Videos sehen wollt, dann lasst natürlich gerne auch ein Abo da. Das war es von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.